Du gehst allein durch den dunklen Wald. Es ist unheimlich. Du bist ganz allein. Überall knackt und knirscht es. Aber zu sehen ist nichts. Um dir Mut zu machen, denkst du an, eine ausgedachte Melodie vor dich hin zu pfeifen. Immer und immer wieder. Trotzdem hast du das Gefühl, nicht allein zu sein. Du hast eine Gänsehaut und gehst immer schneller, ermahnt sich aber nicht zu rennen. Dennoch bleibst du an einer Wurzel hängen und fällst hin. Da liegst du nun am Boden und atmest schwer. Um dir wieder gut zu machen und die Stille zu durchbrechen, pfeifst du deine ausgedachte Melodie von eben. Der Boden ist hart und kalt. Dir geht die Luft aus und du hörst auf zu pfeifen. Da erstarrst du. Du hörst deine Melodie. Doch sie kommt nicht von dir. Sie kommt aus dem Wald. Dir wird schlecht vor Angst. Doch du sagst dir, dass es dein Echtur ist. Um es dir zu beweisen, raffelst du dich wieder auf. Mit zittrigen Knien gehst du langsam weiter. Dann summst du deine Melodie vor dich hin. Gehst Schritt für Schritt und entspannst dich wieder. Du bist erleichtert. Bis in deinen Summen ein Pfeifen mit einfällt. Der Grund Der Grund Untertitelung des ZDF, 2020